Die Grafe geht auch voll in Ordnung, aber hier steht ja der Spielspaß im Vordergrund. Der ist definitiv gegeben. Steuerung ist auch super, kann man schnell lernen. Die Grafe geht auch nicht. Soooo. Homolita gar nicht schlecht war. So Homolita, ah verdammt. Also kurz vorm Checkpoint zerrissen. So. 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 Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.